Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Aperture Science Testobjekte ein regelmäßiges, verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, Genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Gut, kehren Sie jetzt zum Bett zurück. Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte... 999999999... Wir möchten Sie darüber informieren, dass... Hallo? Jemand da drin? Hallo? Machst du... heute noch? Irgendwann die Tür auf? Hallo? Kannst... nein? Ja.